Zitronengras, Nelken vom Baum und Zip direkt aus der Rinde, die Seychellen berauschen. Wir waren auf drei Inseln, Pralin, da haben wir den besten Octobussalat gegessen, wir waren auf Wellenreiten, anschließend auf Ladique mit dem Fahrer die Insel und jetzt zum Fluss auf Mahé, auf der Oslazio sind wir auf Wellen geritten und auf der Insel Kurios haben wir Schilddrücken, die wir jetzt sagen, mindestens so groß. Die Seychellen machen einfach einen Sprachnuss und sie sind absolut zuverlässig.